So Leute, da kommen wir schon zu der Liederschein, meinte ich war der Grün-Challenge und Tia. Der nächste Folge uns war, wir haben gerade schon erst die Grau-Challenge aufgenommen heute, wenn die Grün-Challenge kommt, wegen Grünes-Grim. Wir haben halt keine Grün-Spitz, also wir müssen sie so machen. Ja, ich habe jetzt hier einfach die hier genommen. Und Tia, ich bin immer noch traurig wegen das Gar. Oh, guck mal, Bomblau ist einfach online. Wir haben nur die Grau-Challenge gemacht, haben keine Skar und keine... Bomblau ist online, gell? Komm, wir laden an, wir laden jetzt einfach mal ein Baumblau an. An demnächst in der nächsten Runde. Bibi, Bibi, Bibi. Ich nehme noch auf, wir haben natürlich den Jumel-Skin mal 1,9-Skin. Ja, ich habe den Stream, ich habe auch den Skin, den ich auf dem Stream verwende. Ja, ich habe das einfach blau jetzt genommen, der Blau-Spitzhacke. Ich habe den ganzen Malo. Ich habe den Blau einfach genommen. Okay, wo wollen wir hin? Wir dürfen jetzt keine Waffen mitnehmen. Komm, Salzsieger-Sprung. Ich kann mal Salzsieger-Frühlinger-Belga. Ich weiß. Ah, 100 Leute, wenn's dann. Ah, ja. Ich weiß, dass man kein Dodo... Man kann kein Dodo-Gestungen machen, ne? Ach so, ja, stimmt. Ist ja schade, ich wollte schon oft so, weil... Dodo ist so, ist so nicht machbar, aber nicht so, muss man. Habe jetzt zweimal Dodo bis Gurgel gewonnen schon. Und dann bin ich ja, wenn er am Anfang gestorben ist. Und? Ach so, ich habe einen Spend. Er will... Warte, warte, soll ich hochkommen mit Waffe? Geh runter, ne? Wo ist er? Weiße, ne Graue? Egal, wer ist er noch weg? Ich schnapp jetzt einfach raus. Ich hab drei Kills. Wo weißt du? Ähm, fahrer müssen ein Fehler unterlaufen. Er hat erst mal eine graue Waffe mitgenommen, aber... Lass mir aber gelten, okay? Ja, ich hab da weiß nicht, ja, nämlich eine Grauen-Talance. Ich hab drei Kills. Ja, ich hab drei Kills. Ja, ich hab drei Kills. Ach, ha. Ach, ha. Ach, ha. Hier unten liegt eine Waffe. Eine grüne sogar. Hier unten liegt sogar, hier unten liegt sogar, hier ist grauen Sturmgewerfe dich. Ja, ich hab natürlich gerade, also ich hab gerade gestorben, das Leben, ähm, ja. Und, äh, ja, danke. Hab einfach drei Kills, die kam alle so runtergelaufen, also du hast es gesehen, du musst mal eine Aufnahme gucken. Die kam alle so runter, ich steh da noch nur so. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, komm. Hab gerne fern, komm, das Beste. Einer kann pushen? Muss er versuchen. Er ist runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, das hat dann viel mehr zu helfen. Oh, kacke. Oh nein. Oh nein. Wie viel AP hatte der? 25. Kacke. Okay, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Die zweite Runde ist wieder. Die zweite Runde ist wieder. Wir starten jetzt in die zweite Runde. Wart. 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 Drei Kills war gut. Wart. 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 Warum hab ich eigentlich nicht geschossen? Ich hatte seinen Kopf einmal in Wiesel. Wart. 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 leute muss einfach nur wenn er und so springen ist der bevor er springt meine kurz davor sein muss einfach extra und auf der auf dem pc wenn immer aus dem tassaton also spielte muss er war auch lehrt hast du drücken ich spiel auch manchmal so tassatur bei verkackt übelst muss ein bisschen trainieren ich will das auch mal aufnehmen dann proben ein richtiger trick sei hier mal wie hart heftig oder so wird es mir geht um zuvor starten hier wollen ja hab ich gehört oder warum nach präsent also ich habe mich von ninja inspirieren lassen weil ich bin ein ninja-fan musst du wissen hat auch nur grundschnitt mal gemacht er hat ja auch immer so es hat schon paddy stehe kennst du nicht von ihnen guckst du nicht so oft ninja na klar bitte grün ja aber ist weg und mir abgegeiert bitte einfach grün ich habe mich mitgenommen ich habe jetzt nicht machen grün grün nur 1 das war neu auf dem ok ich habe sie gerade kann das sein schon wieder zwei kids es geht ab da spiel ich nur noch mit grünen sachen das ist wirklich ein kuckabuch das htp geht doch nicht oder so muss immer so ein bisschen warten hat ihm das gefühl bekommen nein guck du kochel vom Klick und dann lass das wechseln Ah, das war zum Glück. Oh, okay. Warte auf den Knick! Bis zum Glück! Bis zum Glück! So, ja. Ne, sorry, Leute, dass das jetzt ein bisschen mehr WeTalk war mit Fabio. Fabio ist jetzt mehr schneiden, glaub ich. Jupp, genau jetzt. Ich sag mich, kann ich nicht, musst du mir gehen. Ja, kannst du, du kannst ja auch noch mitkommen, oder nein? Hm? Ja, ich denk, hab ich eine Partikel. Ja. So, Leute, das Nummer eins down. Und Nummer zwei, runter mein Schwert geleckt, dann würde ich sagen. Das war's mit der grünen Challenge, dann würde ich sagen. Tschau. Tschau! Tschau!